hallo willkommen liebe mitwisser mal ganz ehrlich wie oft haben wir uns schon vorgenommen uns ein bisschen gesünder zu ernähren und auf welches problem stoßen wir immer sobald wir damit anfangen irgendwie erschlagen von diesen ganzen ernährungstipps und am ende sind wir dann völlig irritiert was ist denn nun richtig wie ernähren wir uns gesund oder was hilft am besten beim abnehmen wir wollen heute mal die vier populärsten ernährungstipps auf ihren wahrheitsgehalt überprüfen und anfangen wollen wir mit der frage nach bösewicht nummer eins für die gesundheit ist es nun das fett oder sind es die kohlenhydrate bisher hatte man ja immer das fett im auge und deshalb hat die lebensmittelindustrie auch ganz viele fett reduzierte lebensmittel entwickelt und was war das ende vom lied irgendwie sind wir dann doch alle dicker geworden okay dann müssen es ja die kohlenhydrate sein und zur low fat ernährung kam die low carb welle also wir starten jetzt unseren ersten test auf was sollte man denn eher verzichten im sinne einer gesunden ernährung auf das fett oder auf den zucker beide haben die gleiche leidenschaft fußball den und miles atwell trainieren mehrere male pro woche in ihrem verein die beiden sind sich zum verwechseln ähnlich so dass ihre kumpels manchmal mühe haben sie auseinander zu halten ich bin mal jetzt ich bin 25 jahre und warum mir fitness wichtig ist ich höre unbedingt beim fußball gute leistungen zeigen hi ich höre es dien und ich mache kampf fitness damit ich auch in der 19 minute nach luft habe für zweikämpfe und was wir sind ein eige zur länge miles und den atwell wohnen zusammen beide studieren wirtschaftspsychologie und haben auch beim essen die gleichen vorlieben zu einem tollen steak sagen sie gerade nach dem sport nicht nein und ab und zu darf es auch mal eine portion sahne torte sein dabei ahnen sie dass zu viel fett und zucker nichts gutes im körper bewirken noch können sie durch viel bewegung schädliche effekte kompensieren aber fett gilt nicht nur als dickmacher sondern ist auch ein risikofaktor für herz kreislauf erkrankungen andere experten behaupten zucker und kohlenhydrate seien noch viel schlimmer manche glauben sogar zucker sei ein regelrechtes gift für unseren körper was bewirken fett und zucker tatsächlich in uns am deutschen institut für ernährungsforschung in potsdam starten wir mit den und miles ein experiment die zwillinge werden sich zehn tage lang sehr einseitig ernähren der eine fett der andere zucker betont ernährungswissenschaftlerin christianer gerbracht erklärt den speiseplan sie wird den versuch leiten keine große wissenschaftliche studie aber ein experiment auf dessen ausgang auch sie gespannt ist die absprache war nicht einfach denn beide zwillinge haben ja ähnliche vorliegen aber schließlich hat sich dienen für fett und miles für zucker entschieden für miles heißt das zehn tage lang nur noch kohlenhydrate und zucker brötchen oder knäcke brot oder cornflakes oder müsli den darf keine kohlenhydrate essen erlaubt sind nur fetthaltige lebensmittel wie speck eier wurst käse oder mayonaise davon aber so viel er will mehr stoff kohlenhydrate gänzlich aus dieser kostform herausgenommen da haben wir natürlich hier wurst sowie aber auch fleisch dann natürlich fisch in allen variationen und natürlich auch die eier wie fühlen sich die zwillinge bei dem gedanken so zu essen was mir auf jeden fall fehlen wird sind die sind die säfte obst wird mir auf jeden fall auch fehlen morgens mein brötchen ja aber ich lasse ein paar überraschen müssen letztendlich wenn ich zum beispiel das frühstücksrührei anguck da bin ich dann schon ein bisschen wehmütig dass ich das in nächster zeit nicht essen davon bin ja gespannt auf jeden fall wie das sich so auf mich aufwirkt und auf meine laune bevor das extreme ernährungsabenteuer beginnt werden die körperlichen werte der zwillinge erfasst miles wiegt gut 70 kilo bei einer größe von einem meter 80 den ist etwas größer und schwerer wichtige messung die blutfettwerte und der blutzucker denn diese parameter beeinflussen herz kreislauf erkrankungen und diabetes wir werden die zwillinge testen wer kann sich nach der extremen kost besser konzentrieren welche ernährungsform macht schneller satt fett oder zucker und wer ist schneller beim fahrrad rennen wie werden die zwillinge die extreme ernährung überstehen wir sind gespannt welchen effekt die fettreiche und die zuckerreiche kost haben werden ja wie das ganze weitergeht das sehen sie gleich dann stellen wir doch mal unseren nächsten ernährungstipp auf den prüfstand und zwar die mediterrane diät da schwören ja ganz viele drauf die soll bei alzheimer helfen beim schlaganfall sogar bei krebs und ihren guten ruf hat sie bekommen weil forscher in den 1950er jahren festgestellt haben dass menschen auf der mittelmeerinsel kreta länger leben und vor allem auch gesünder blieben und bis heute ist es ja so dass in den mittelmeerländern herz kreislauf erkrankungen seltener vorkommen als in anderen ländern man machte dafür die ernährung verantwortlich also viel olivenöl nüsse frisches gemüse frischen fisch wenig tierische fette dann gucken wir doch mal ob das stimmt ist es wirklich so hat es einen positiven effekt wenn man seine ernährung auf diese art von diät umstellt also lebt man damit gesünder als zum beispiel mit geschnetzelten und co essen bedeutet mir sehr viel so ein zahne geschnetzeltes und so das essen wir schon ganz gerne leider bedeutet zu viel sahne geschnetzeltes auch gefahr für herz und kreislauf wir wollen wissen kann eine ernährungsumstellung die blutwerte messbar verbessern die testpersonen reha patienten mit erhöhtem risiko für herz und kreislauf erkrankungen wir begleiten vier von ihnen rudolf klaus bärbel und nochmal klaus alle zwischen 65 und 70 der testort bad pyrmont im weserbergland zwischen hannover und paderborn gelegen kurstadt mit über 500 jähriger tradition die tester der leitende arzt doktor bernd alt die ernährungswissenschaftlerin nicole rekate und das küchenteam sie sind der überzeugung dass eine mediterrane ernährung gut für herz und kreislauf ist das test essen wenig fleisch essen möglichst viel gemüse essen das ganze auch ruhig schön bunt und am besten zubereitet mit olivenöl und rapsöl das sind so die grundlagen zweimal die woche dürfen sie gerne große portion fisch essen aber wichtig ist es auf jeden fall die fleisch portion zu reduzieren klingt eigentlich gar nicht so schwer obst und gemüse sind wichtig weil sie sogenannte sekundäre pflanzenstoffe enthalten diese sekundäre pflanzenstoffe wirken in unserem menschlichen körper unter anderem antithrombotisch oder auch dass so entzündungsprozesse reguliert werden die können aber auch positiv auf krebserkrankungen wirken und diese stoffe finden wir einfach viel in obst und gemüse deshalb serviert die kurklinik hier mediterranes essen auch unseren testpersonen genau drei wochen lang maßstab für den erfolg sind die blutfettwerte hdl ldl und triglyceride wenn sich diese werte am ende des tests deutlich verbessert haben dann heißt das auch dass die mediterrane kost funktioniert hat das ziel was wir vor augen haben ist natürlich eine verbesserung der lebensqualität sprich weniger krankheit wie zb herzinfarkte schlaganfälle bluthochdruck unsere probanten müssen für die hoffnung auf eine bessere gesundheit ihre normalen essensgewohnheiten deutlich umstellen dann lassen wir mal das eisbein zur seite mediziner bernd alt prognostiziert einen schnellen erfolg also den effekt sieht man häufig schon nach einer woche etwa wenn der betreffende die betreffende person sich tatsächlich komplett mediterran ernährt damit der erfolg stabiler ausfällt und nach der kur anhält werden unsere testpersonen auch an sport und mehr bewegung herangeführt bewegung ist einfach etwas was zum gesund erhalten insbesondere für die blutgefäße von zentraler bedeutung ist der letzte tag des experiments zur feier geht's zum italiener spezialität im concerto antipasti mit fisch gemüse knoblauch olivenöl das essen passt also auch versuchsleiter doktor bernd alt ist dabei und hat gute nachrichten man kann sagen um bis zu etwa 40 prozent besser geworden ja also egal ob mit oder ohne cholesterinsenker vorbehandlung die kostumstellung und sich ein stück weit auch die bewegung erheblich was gebracht insgesamt werteten bernd alt und nicole karte für uns die blutwerte von 63 reha patienten aus mit deutlichem ergebnis triglyceride und gesamtcholesterin werden im schnitt um mehr als 20 prozent gesenkt genauer betrachtet sinkt das sogenannte schlechte cholesterin ldl sogar um 30 prozent das gute hdl dagegen nur um zehn prozent ich muss sagen so gut wie jetzt habe ich das schon lange nicht mehr gefüllt naja wenn ich jetzt sagen würde ich fühle mich jetzt für 20 wenn natürlich stark übertrieben aber ich fühle mich auch im jahre jünger irgendwie so vom körper her einfach nur gut unsere vier testpersonen wollen auch zu hause weiter mediterran leben zumindest nehmen sie es sich ganz fest vor ja dann mal viel erfolg an apple a day keeps the doctor away dieser spruch ist ja allgemein bekannt aber warum hat denn der apfel so guten ruf gut vitamine sind schon mal reichlich drin die meisten tatsächlich übrigens in der schale und es ist noch etwas drin von dem die forscher sagen es ganz entscheidend ist für unsere ernährung nämlich sogenannte sekundäre pflanzenstoffe obst statt arzt wie viel wahrheit steckt denn dieser behauptung das ist unser test nummer drei kann er uns tatsächlich vor krankheiten bewahren sicher ist der apfel enthält inhaltsstoffe die unsere zellen schützen auch wenn nicht mal ernährungswissenschaftler bernd watzl alle kennt wir müssen gegenwärtig davon ausgehen dass wir etwa ein drittel der strukturen die wirksam sind kennen und zwei drittel der apfel inhaltsstoffe in ihrer chemie und damit auch in ihrem wirkungs zusammenhang uns noch nicht bekannt sind das grundprinzip immerhin ist klar freie radikale die durch umweltgifte in den körper gelangen schädigen die dna in unseren zellen auch in den blutzellen die für die krankheitsabwehr verantwortlich sind antioxidantien die in obst und gemüse enthalten sind können die zellen schützen professor watzl will für uns testen ob man diesen effekt tatsächlich messen kann und zwar mit äpfeln dem obst nummer eins in deutschland für den versuch haben wir sechs probanden eingeladen zwei frauen und vier männer alle unterschiedlichen alters wir nehmen ihnen blut ab vor und nach dem test darin wollen wir die wirkung der äpfel ablesen aus dem blut werden die immunzellen isoliert und mit einer speziellen lösung gereizt was einen massiven angriff von umweltgiften simuliert das ermöglicht uns einen besonderen stress einen oxidativen stress akut auszulösen und wir können dann erkennen inwieweit unter diesem stress diese zellen besser geschützt sind nach dem apfel verzehrt die zellen werden durch die behandlung deutlich geschädigt wie ihr kometenartiges aussehen zeigt jetzt kommen die äpfel ein ganzes kilo damit sich ein möglicher effekt leichter messen lässt die probanden müssen so viele apfelschnitzen essen wie der magen aufnehmen kann der hunger lässt definitiv nach aber dass man kurz durchatmen und dann geht es weiter also ich finde es sehr schwierig so eine menge äpfel zu essen nächsten wochen monate esse ich keine äpfel mehr aber für heute ist es in ordnung nach der apfelorgie erneute blutabnahme und wieder die simulation eines angriffs von umweltgiften sind die zellen nun besser geschützt ob die zellen im blut nach dem apfel verzehr besser gegen oxidativen stress gerüstet sind müssen sie im stresstest beweisen noch ist kein ergebnis zu erkennen mit bloßem auge sind mögliche schäden nicht zu sehen professor watzel ist selbst gespannt und staunt über den deutlichen effekt die zellen sehen nicht mehr wie kometen aus sondern sind rund und gesund bei allen probanden das gelingt uns selten so deutlich zu zeigen wie in diesem fall das lebensmittel die wir täglich essen wirklich einen messbaren effekt auf einen bestimmten mechanismus haben und das ist wirklich erstaunlich dass die relativ noch moderate menge an apfel innerhalb der kurzen zeit bei einem wichtigen parameter bei einer wichtigen messgröße spürbar eine veränderung hervorruft das geheimnis sind neben den antioxidantien in obst und gemüse etwa dem vitamin c auch noch andere inhaltsstoffe die sekundären pflanzenstoffe übrigens muss man nicht ein kilo äpfel auf einmal essen um eine wirkung zu erzielen über den tag verteilt immer mal wieder eine portion obst oder gemüse reicht völlig aus wir haben mal getestet wie man äpfel am besten lagert damit die wertvollen stoffe in den äpfeln möglichst lang erhalten bleiben und die ergebnisse unseres tests können sie auf unserem online-angebot abrufen wwissen punkt de so jetzt kommt ein bisschen glamour in unsere hütte sie entschlacken regelmäßig also sie entgiften ihren körper das ist ja auch so eine landläufige meinung dass sich gifte aus umwelternährung in unseren zellen ansammeln und man die regelmäßig rausschwemmen muss also diese schlacke wie man dazu sagt wobei schlacke den begriff verbinden wir eher mit den rückständen von holzkohle von der verbrennung von holzkohle oder auch mit vulkanismus also diese schlacke muss man regelmäßig entfernen das heißt these nummer vier regelmäßiges entgiften ist gesund stimmt diese these eva wills wissen die studentin aus mannheim wird für uns eine entgiftungswoche machen detox sagt man dazu heute eva ist 24 jahre jung und probt häufig mit ihrer band auch für ihr studium ist sie mit großem engagement im einsatz gerade hatte sie prüfungen sie meint da passt das detox programm jetzt richtig gut weil ich das gefühl habe dass ich irgendwie durch das ganze lernen und durch den stress total müde bin also und ich habe auch häufiger kopfschmerzen und ich merke so dass meine konzentration irgendwie nachlässt mir das möchte ich gern ändern in frauenzeitschriften gilt detox zurzeit als besonders trendy detox das heißt vor allem fasten nur noch obst und gemüse sind erlaubt am besten in form von pürierten säften neudeutsch smoothies durch die spartanischen mahlzeiten würden die überlasteten selbstreinigungskräfte des körpers aktiviert heißt es ich glaube dass ich mein darm total erholen wird und ich dadurch mich einfach fitter fühle und leichter auch eva kauft jede menge obst und gemüse möchte sich aber auch unterstützen lassen im internet hat sie produkte einer firma entdeckt die sie besonders ansprechen über die preise ist sie allerdings geschockt die säfte und suppen für fünf tage kosten 300 euro also die flasche kostet jetzt ungefähr 15 euro davon trinke ich drei am tag und dann esse ich noch so ein veganes abendessen das sind dann ungefähr 50 euro pro tag dann geht's los ab heute gibt es nur noch obst und gemüse dabei wird eva von professor helmut karlseits begleitet er ist experte für das haupt entgiftungs organ die leber damit wir genau herausbekommen ob die detox kur etwas bringt werden zu beginn und am ende der woche einige blutwerte überprüft der mediziner ist skeptisch aus diesen werten die gemessen worden sind kann man allgemein ersehen ob die leberfunktion und die nierenfunktion und das blut bildung die blutbildung in ordnung ist wir gehen davon aus dass das bei jungen menschen normal ist und wenn das normal ist wird sich das durch eine therapie eine sogenannte pseudotherapie wie das durch diese getränke gemacht wird nicht ändern wir werden sehen ein stylischer smoothie zum frühstück ab heute gibt es nur noch die pürierten säfte die laut anbieter so viele vitamine enthalten wie wir in einer mahlzeit gar nicht zu uns nehmen könnten einige säfte mixt eva zusätzlich selbst so dass sie insgesamt für die sieben tage versorgt ist die sie für uns kommentiert ich sehe ganz positiv in die woche ich muss sagen ich hätte echt lust was zu essen ja der dritte tag ist das ist wasser mit kräutern und gemüse heute ist die detox woche vorbei wie war es für unsere probandinnen die woche war ziemlich krass es war schon opfer auf jeden fall ich wusste teilweise nicht wie ich jetzt diesen tag überstehen weil ich einfach nur total nervt war und dann wieder so ein ekelhafter saft wir wollen vor allem eins wissen haben sich leber oder nierenwerte der studentin verbessert die grafik zeigt zu beginn der kur waren die leberwerte in ordnung am ende der kur sind sie quasi identisch bei den nieren sieht es ähnlich aus über viele millionen jahre hat sich der organismus so entwickelt dass er mit diesen giften die in der umwelt vorhanden sind fertig wird da gibt es für jede substanz benne ein bestimmtes enzym welches in der leber diese substanz entgiften kann also wir brauchen da nichts zusätzliches hinzu kommt dass obst und gemüse viel kalium enthalten diese werte sind bei eva drastisch angestiegen von 3,8 auf 4,8 millimol pro liter blut wäre sie nieren- oder herzkrank dann wäre das sogar gefährlich die teuren detox mahlzeiten und säfte sehen zwar toll aus bringen aber nichts eine kur gegen das schlechte gewissen teuer erkauft hinterher sind sie genauso oft dran wie vorher auch das ist einfach eine ein schnelles versprechen das überhaupt nichts hält lebensstil änderung wäre das stichwort auf die lange sicht hin ist ja auch eine art lifestyle nur nicht so stylisch aber auch nicht so teuer ja eine langfristige ernährungsumstellung haben wir den und miles unseren zwillingen die sie am anfang der sendung kennengelernt haben nicht gegönnt den haben wir eine fettradikalkur verordnet und seinem bruder miles kohlenhydrate pur alles für die frage was ist denn besser low carb oder low fat also wie ernährt man sich gesünder mit weniger fett oder weniger kohlenhydrate neun tage lang hatten sie nicht zu wenig sondern zu viel fett beziehungsweise kohlenhydrate wie war's herrte als ich gedacht hätte also am anfang habe ich mich noch oft auf das essen gefreut aber nach einer zeit habe ich schon gemerkt was ich vermisst habe ich habe abends viel reis zum beispiel zu mir genommen haben mir saucen gefehlt einfach ich habe viel fleisch gegessen viel eier morgens zum frühstück das war ganz cool was mir auf jeden fall gefehlt hat waren säfte aber ich merke so ein bisschen dass der zucker mir so ein bisschen im kopf fehlt wir wollen es genauer wissen test 1 energieaufnahme es ist frühstückszeit die zwillinge sind nüchtern am institut für ernährungsforschung essen miles und dien von ihrer kost so viel sie wollen bis sie satt sind was macht schneller satt zucker oder fett und welcher zwilling nimmt mehr energie auf ernährungswissenschaftlerin christianer gerbracht dokumentiert jeden bissen und berechnet die kalorien sehr eindeutig ausgefallen das heißt malz der jetzt diese kohlenhydrat betonte kost hat der hat 1200 kilokalorien gegessen und dien der die fettreiche kost hat hat genau die hälfte nur gegessen das heißt 600 kilokalorien wer nur fett ist nimmt also paradoxerweise zumindest anfangs weniger kalorien zu sich wie lässt sich das erklären die meisten fettreichen lebensmittel sind auch gleichzeitig verbunden mit dem höheren eiweißgehalt und eiweiß ist nun der nährstoff der schneller zur sättigung letztendlich führt und deshalb hören die leute dann auch eher auf zu essen wir werden noch sehen dass das leider nicht so bleibt aber zunächst unser zweiter test unser gehirn ist der größte glukoseverbraucher im körper eigentlich müsste man also mit zuckerreicher ernährung besser denken können wir wollen jetzt wirklich in dem konzentrationstest das mal anschauen ob das denn wirklich auch in der praxis so rüberkommt und welcher zwilling ist zuerst mit den trickreichen rechenaufgaben fertig kann miles den vorteil ausspielen den er durch seine zucker betonte kost hat oder es dienen vielleicht einfach wacher heute morgen mit hauchdünnem vorsprung gewonnen hat fettesser dien wieder erwarten ich gehe ganz stark davon aus dass es auch die tagesform ist die letztendlich die entscheidung gebracht hat gibt es beim fahrrad rennen ein eindeutigeres ergebnis miles nimmt auf nüchternen magen noch einmal einen schluck glukose lösung die eine portion butter was ist der bessere treibstoff eigentlich müsste zucker zwilling miles die nase vorn haben schließlich geht glukose schnell ins blut um den muskeln energie zu liefern aber die ihn holt auf und gewinnt knapp jetzt hat mich sehr erstaunt dass der fettzwilling gewonnen hat denn eigentlich muss man ja sagen die kohlenhydrate sind ja die top energie lieferanten schlechthin für die sportliche leistungsfähigkeit aber ich gehe davon aus die beiden sind jetzt sehr jung das heißt ja kann der stoffwechsel extrem noch kompensieren und deshalb hatte diesmal der fettzwilling nun mal die nase vorne enduntersuchung nach zehn tagen extrem kost überraschung beim wiegen miles mit der zucker kost hat 1,7 kilo zugenommen und fettzwilling dien sogar 2,1 kilo dauerhaft abnehmen kann man also mit keiner der methoden die einseitige ernährung hat dafür die blutwerte völlig durcheinander gebracht beim fettzwilling dien sind paradoxerweise die blutzuckerwerte gestiegen auch die experten sind erstaunt vermutlich hat das mit der gewichtszunahme zu tun würde dien weiterhin so fettbetont essen dürfte er langfristig mit großer wahrscheinlichkeit diabetes bekommen bei miles der zuckerreich gegessen hat haben sich dagegen die blutfettwerte ungünstig entwickelt seine triglyceride sind zwar noch in der norm aber deutlich gestiegen würde miles so einseitig weiter essen wären arterienverkalkung und andere herzkreislauf erkrankungen eine mögliche folge christianer gerbracht rät beiden mit der extrem diät sofort aufzuhören die zwillinge sind erleichtert dass sie wieder alles essen dürfen sie haben die tücken und risiken von zucker und fett am eigenen leib erfahren und sie wissen dass neben sport auch eine ausgewogene ernährung dazu gehört um fit zu bleiben so ist es bei solchen tests dieses ungewöhnliche ergebnis kommt bestimmt auch deshalb zustande weil die jungs halt noch jung sind und vor allem körperlich recht fit das heißt sie können solche einseitigen ernährungsformen noch sehr gut kompensieren es ist sowieso immer recht schwierig einzelne nahrungsmittel zu verteufeln es ist viel effektiver wenn wir darauf achten wie viele kilokalorien wir pro tag zu uns nehmen eine ausnahme gibt es allerdings es gibt ein lebensmittel in übermäßiger form genossen ist das wirklich schädlich für uns und zwar salz das haben nicht wir herausgefunden sondern eine sehr große studie bestätigt dass salz den blutdruck nach oben treibt und durch herzkreislauferkrankungen dann viele menschen pro jahr das leben kostet das wäre also unser fünfter tipp weniger salz das heißt ja nicht dass ihr leben fad werden muss das war's von uns bis zum nächsten mal es wie samstag wie wissen tschüss